Ja, so schnell kann sich die Stimmung drehen. Bitcoin hat den Breakout hingelegt. Wir sind jetzt hier bei 42.000 US-Dollar angekommen, nachdem wir genau unsere Liquidierungszonen hier erreicht haben. Wir werden natürlich hier auf die aktuelle Situation eingehen, wo die nächsten wichtigen Bereiche sind und wie ich gerade positioniert bin, kurzer Update zu meinen Positionen, auch über die Tatsache, dass gerade Charts im Umlauf sind, dass dieser Anstieg jetzt, der gerade stattfindet, künstlich herbeigeführt ist. Was steckt dahinter? Deswegen werden wir uns die aktuellen Daten zu den ETFs, zu den Future-Markt-Daten natürlich auch anschauen und natürlich auch über die Liquidierungszonen sprechen, die jetzt gerade anstehen könnten. Auch makroökonomisch passiert einiges, vor allem etwas sehr Spannendes. Das Notfallprogramm der US-Notenbank läuft bald aus, aber das muss nichts Negatives heißen, vor allem entgegen aller Berichte, die man jetzt gerade vielleicht liest, warum das sogar positiv sein könnte. Darüber werden wir jetzt gleich sprechen. All das und mehr in diesem Video und jetzt viel Spaß damit. Ja, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich fasse wie immer für euch die aktuellen Geschehnisse und vor allem auch meine Einschätzungen zum Markt, so kompakt wie es geht und vor allem auch so fundiert wie es geht für euch zusammen. Falls euch das Ganze gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr hier keine weiteren Updates. Bitcoin steht wie gesagt bei knapp 42.000 US-Dollar, 5,6% im Plus, ETH auch 4% im Plus, Solana sogar knapp 9% im Plus, also der gesamte Markt natürlich jetzt durch den Breakout von Bitcoin im grünen Bereich. Die gesamte Marktkapitalisierung ist jetzt hier um 100 Milliarden US-Dollar gestiegen, bei 1,6 Billionen US-Dollar. Die Bitcoin-Dominanz ist aber auch noch ein Stückchen weiter gestiegen, wir waren ja zuletzt bei 50,5%, heißt Bitcoin kann natürlich jetzt in der aktuellen Bewegung den gesamten Markt erstmal outperformen, natürlich obwohl es hier auch einige Ausnahmen gibt wie Solana oder auch ETH mit knapp 10% im Plus, aber aktuell ist natürlich der Fokus bei Bitcoin und da werden wir uns gleich natürlich auch in den Charts das Ganze nochmal näher anschauen. Blicken wir zunächst einmal auf Makrodaten und Charts, die jetzt frisch reingekommen sind. Zum einen die PCE-Kernrate ist heute veröffentlicht worden, das ist der Lieblingsindikator der US-Notenbank bezüglich der Inflation, weil dort auch wirklich die Kaufnachfrage und das Kaufverhalten der Bevölkerung berücksichtigt wird, also nicht mit einem klassischen Warenkorb und deshalb ist das der Lieblingsindikator. Wir liegen hier mit der Kernrate, heißt ohne Lebensmittel und Energiepreise bei sogar 2,9%, prognostiziert waren 3% und wenn man sich das hier mal anschaut, wie stark das jetzt hier zurückläuft in den letzten Monaten, sieht es schon ziemlich gut aus für die US-Notenbank. Nicht die Kernrate, sondern die normale PCE-Rate liegt sogar bei 2,6% und wenn man sich die vergangenen 50, 60 Jahre anschaut, da sehen wir, dass der Durchschnitt bei 3,3% lag, also mit 2,6% liegen wir schon auf einem sehr guten Niveau. Natürlich, die Kernrate kann sogar noch ein Stückchen weiter runterlaufen und das, obwohl wir gleichzeitig sogar auch noch gute Wirtschaftsdaten bekommen. Die BEP-Daten wurden für Q4 auch beispielsweise gestern veröffentlicht, da lag die Prognose bei 2% und wir haben stattdessen 3,3% bekommen. Also für die US-Notenbank sieht es eigentlich ziemlich gut aus aktuell, also ziemlich positive Entwicklungen. Natürlich performen entsprechend halt auch die traditionellen Märkte wieder gut. Der S&P 500 hier kratzt wieder an einem neuen Allzeithoch. Was man aber nicht vergessen darf, auch dort sind wir natürlich sehr überkauft. Wenn man sich hier mal die Anzahl der Unternehmen im S&P 500 anschaut, die über der 100-Tages-Durchschnittslinie handeln, sind wir auf einem sehr hohen Niveau angelangt. Ihr seht es hier, in den vergangenen Monaten waren wir immer wieder auf diesem Niveau bei über 80% um den Dreh und da gab es dann immer wieder die Kehrtwende, dass der Markt halt zu bullish war, zu überkauft war und jetzt aktuell ist die Frage, ob wir wieder in diesen Bereich reinlaufen und dann eine Korrektur sehen. Dementsprechend würde natürlich auch Bitcoin irgendwo mit nach unten gezogen werden. Also das darf man nicht vergessen, auch wenn jetzt Bitcoin hier den Breakout geschafft hat. Wenn die traditionellen Märkte runter korrigieren, dann wird natürlich auch Bitcoin unter Druck stehen. Eine sehr wichtige Meldung, die gestern auch erschienen ist, es geht um das Bank Term Funding Programm, die Notfallhilfe sozusagen für die Banken, die im März eingeleitet worden ist im letzten Jahr. Dieses Programm wird, wie von der FED bestätigt, am 11. März beendet und jetzt liest man überall, dass das ein großer Risikofaktor werden könnte, weil die Liquiditätsprobleme der Banken wieder zum Vorschein kommen könnten. Also überall wird wieder darüber berichtet, dass das natürlich einen Druck auf den Bankensektor ausüben könnte. Ich habe da eine bisschen andere Meinung. Ich habe das Ganze auch mal auf Twitter zusammengefasst, aber darüber werden wir jetzt auch noch mal im Detail sprechen. Also dieses BTFP-Notfallprogramm wird beendet, droht ein Crash für Bitcoin und für die Märkte, ausgelöst durch den Bankensektor. Das ist gerade so die These, was genau hinter dieser Meldung steckt und warum das sogar positiv sein könnte. Das werden wir uns jetzt noch mal in Ruhe anschauen. Das sind wenige Punkte zusammengefasst. Ich habe das so einfach wie möglich hier runtergeschrieben, damit es auch jeder versteht. Das Programm, nochmal zur Erinnerung, wurde 2023 ins Leben gerufen als Reaktion auf die kleine Bankenkrise, wo ja Silicon Valley Bank und auch die Signature Bank insolvent gegangen ist und viele dann die Befürchtung hatten, dass es da ja Dominoeffekte gibt, Einlagen, die nicht sicher waren, Bankrun-Sorgen etc. Und Ziel des Programms war es einfach, das Vertrauen der Einleger zu stärken und den Banken zusätzliche Liquidität zur Verfügung zu stellen. Also es ging um Liquidität und um Vertrauen für die Einleger, also um die Einlagen zu schützen, damit es da keinen Bankrun gibt im Zuge dieser kleinen Bankenkrise, die wir letztes Jahr gesehen haben. Wie sollte das Ganze funktionieren oder wie funktioniert das Ganze über dieses Programm können und konnten Banken günstig Kredite aufnehmen von der FED, aber nicht zu den Zinsen, die eigentlich aufgerufen werden, halt zu günstigen Konditionen. Und das Ganze war halt gekoppelt an die zukünftigen Zinserwartungen und die sind ja immer ein bisschen niedriger als das, was die FED jetzt gerade aufruft. Und das ermöglichte es halt den Banken, Geld zu niedrigen Zinssätzen zu leihen und diese dann direkt einfach bei der FED wieder abzugeben, um da die Differenz einfach als Gewinn für sich einstreichen zu können. Also anstatt dann, dass diese Reserven für wirkliche Notfälle genutzt wurden im Prinzip, haben die Banken das einfach ausgenutzt, Arbitrage betrieben und dann eine sichere Einnahmequelle gehabt. Also eigentlich wieder ziemlich pervers, dass man einfach eine risikolose Einnahmequelle wieder für Banken geschaffen hat, die einfach von der FED finanziert wurde, weil einfach günstigere Kredite rausgegeben wurden. Also eine komplett risikolose Gelddruckmaschine war das in der Vergangenheit. Und deswegen sah auch dieser Chart so aus, dass es hier oben das, was dargestellt wird, das, was an Krediten aufgenommen worden ist in diesem Programm. Es ging vor allem jetzt auch in den letzten Wochen immer weiter nach oben, natürlich mit Hinblick darauf, dass das Ganze ja auch irgendwann endet und die Banken auch irgendwann wussten, okay, das wird enden, lasst uns das nochmal nutzen und hier unten die Differenz zwischen den beiden Zinssätzen. Also ziemlich bequeme, risikolose Gelddruckmaschine. Und jetzt gibt es halt Änderungen in diesem Programm, jetzt wird dieser Zinssatz halt angepasst, es kann nicht mehr niedriger sein als das, was die FED den Banken zurückgibt. Also sie können da aktuell jetzt hier kein Geld mehr mitmachen und das Ganze wird am 11. März enden. Und jetzt war die große These, dann werden die Liquiditätskrisen wieder zum Vorschein kommen und die Banken werden wieder Probleme haben und das könnte ja Effekte auf die gesamten Märkte haben und dementsprechend auch vielleicht für Bitcoin etc. Was man aber nicht vergessen darf, ist die Tatsache, dass natürlich auch die US-Notenbank daran interessiert ist, dass das System natürlich sauber weiterläuft, weil sie natürlich auch dieses Programm selber ins Leben gerufen haben. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank selber dieses Tapering, was sie gerade durchführen, ihre Bilanzsumme hier zu verringern, vor allem auch sehr schnell zu verringern, so nicht mehr fortführen können nach der Beendigung dieses Programms, weil einfach Liquidität fehlt und sie brauchen wieder günstige Gelder im Markt. Das wird so oder so immer wieder notwendig sein und diese Verringerung der Bilanzsumme, darauf blicken ja auch viele, das korreliert natürlich auch irgendwo mit Bitcoin. Ihr seht auch, wo das Ganze durch die Decke gegangen ist, 2020, 2021, dann mit der straffen Geldpolitik hier immer wieder weiter verringert wurde. Das Tempo wird hier mit der Verringerung erstmal natürlich runtergefahren werden und irgendwann wird dann auch wieder die Bilanzsumme erhöht werden und davon kann halt Bitcoin profitieren. Und zum anderen dürft ihr nicht vergessen, auch wenn der Bankensektor straucheln sollte, wir haben es im letzten Jahr gesehen, hier nochmal der Chart dazu, was passiert ist hier März 2023, als der Bankensektor hier gekriselt hat und hier in Orange ist der Bankenindex hier dargestellt, vor allem auch der kleineren Banken, wie gut Bitcoin in dieser Phase performen konnte. Also innerhalb dieser Krise konnte Bitcoin hier über 50% zulegen, weil natürlich auch mit dem Narrativ Bitcoin-Gegenpol von Banken, von dem Bankensektor das Ganze in die Karten gespielt hat. Also das könnte ziemlich interessant werden, dass wenn dieser Bankensektor kriselt, natürlich nicht die großen, aber vor allem die regionalen Banken, dann könnte Bitcoin hier auch von profitieren. Das müssen wir natürlich noch weiter im Auge behalten. Was damit passiert, da wird glaube ich meiner Meinung nach wieder zu viel Panik betrieben und hier unter dem Beitrag auch ein sehr guter Kommentar, ein gutes Feedback nochmal dazu, dass die Gelder über ein Jahr nochmal gehalten werden und zurückgezahlt werden müssen, erst in einem Jahr. Das heißt, die Auswirkungen werden wir sowieso erst im März 2025 sehen. Also da würde ich mir keine großen Sorgen machen, dass dieses Programm hier ausläuft und dadurch irgendwie irgendwelche Crashs entstehen. An der Stelle nochmal ein Hinweis zu den Börsen, die ich nutze. Für Spot kann ich Bitwavo empfehlen. Dort bekommt ihr 10 Euro Bonus mit dem Link unten in der Videobeschreibung plus 10.000 Euro in der ersten Woche komplett ohne Gebühren. Generell die Gebühren sehr niedrig Bitwavo, das lohnt sich auf jeden Fall. Und für die Trader unter euch, falls ihr auf der Suche seid nach einer guten Future-Plattform, ich trade auf BingX, auch dort die geringsten Gebühren. Und mit dem Link unten in der Videobeschreibung bekommt ihr auch nochmal zusätzlich 10% Gebührenrabatt und spart nochmal on top Geld. Aktuell läuft da auch noch eine Aktion. Wenn ihr euch das Ganze anschauen wollt, hier bis zu 10.000 Euro Bonus, je nachdem welche Kriterien ihr erfüllt, schaut euch das gerne an. Kommen wir zu den aktuellen Bitcoin News. Unter anderem hat Tesla hier die Zahlen veröffentlicht für das vergangene Quartal und die waren natürlich nicht so gut. Sieht man glaube ich auch hier am Chart und vor allem auch die Prognosen sehen nicht so gut aus. Was man aber daraus noch ableiten konnte ist, dass Tesla seine Bitcoin nicht verkauft hat. Weiterhin 9.720 Bitcoin halten. Das sind aktuell 385 Millionen US-Dollar. Da schaut man ja auch immer drauf, ob irgendwie Tesla und Elon Musk nochmal zukaufen oder vielleicht sogar verkauft haben. Da hat sich in jedem Fall nichts verändert. Was sich auch nicht geändert hat, sind die Outflows bei den ETFs. Die Outflows von Grayscale, die verringern sich, aber die anderen neuen Emittenten, die anderen neuen ETFs können das Ganze immer noch nicht absorbieren. Wir haben jetzt vier Tage in Folge negative Inflows, also Outflows insgesamt, Netto-Outflows aus den ETFs. Wir haben jetzt hier nur noch 744 an Gesamtflows, die wir hinzubekommen haben seit ETF-Start. Also das sinkt immer weiter. Das ist in erster Linie natürlich irgendwo negativ, wenn man sich vor allem auch die letzten, ja was sind das jetzt hier, sechs, sieben, acht Tage anschaut, hatten wir nur zwei positive Tage. Also immer mehr Liquidität fließt aus den ETFs im Gesamten raus. Also diese Abverkäufe von Grayscale können nicht absorbiert werden. Aber auch darüber haben wir jetzt schon oft gesprochen. Das hat keine großen Kursauswirkungen. Genauso wie die generellen Inflows keine großen Auswirkungen hatten, wenn wir abverkauft worden sind, sehen wir jetzt hier durch die Outflows, die wir jetzt in den letzten Tagen sehen, keine Kursreaktionen. Heißt, das sind wirklich hier kurzfristige Ereignisse und Daten, die für den Kurs zumindest keine große Rolle spielen. Das wird sich über einen längeren Zeitraum zeigen. Deswegen habe ich euch ja auch mal wieder gesagt, kurzfristig überbewertet, langfristig unterbewertet. Wir müssen das einfach über Wochen hinweg uns anschauen, wenn vor allem der Grayscale-Abverkauf irgendwann mal aufhört, irgendwann, wenn in diesem Tempo das Ganze weitergeht, vielleicht einen Monat, zwei Monaten, dann haben sie einfach auch keine Bitcoin mehr, die sie abverkaufen können. Dann wird es halt darauf ankommen, wie viel fließt dann in diese anderen ETFs rein und kann dadurch halt irgendwie nochmal organische Nachfrage entstehen über einen längeren Zeitraum. Wir sehen auch, dass die entsprechenden Onchain-Daten damit wieder korrelieren mit den offiziell gemeldeten Daten. Heute nochmal knapp 10.000 Bitcoin an Coinbase Prime rüber transferiert, aber zur Erinnerung, die sind schon verkauft worden und die entsprechen halt, wie gesagt, den Zahlen, die wir gesehen haben und hier auch nochmal sehr schön grafisch dargestellt, wie diese Inflows und Outflows aussehen, in Grau, Grayscale, diese grüne Linie, stellt den Nettozufluss dar und wie gesagt, das Ganze ist gerade rückläufig, aber immer noch in einem positiven Bereich. Heißt, der ETF, die Bitcoin ETFs, haben immer noch einen positiven Effekt im Allgemeinen, weil wir immer noch mehr organische Nachfrage insgesamt haben, als das, was abverkauft worden ist. Wie gesagt, das kann natürlich auch noch ins Negative rutschen, dann wäre es, glaube ich, eine größere Enttäuschung, muss man aber über einen längeren Zeitraum sehen. Das ist halt das Entscheidende aktuell. Was man auch jetzt aktuell lesen kann, ist, dass JP Morgan beispielsweise sagt, der Verkaufsdruck von GBTC sollte jetzt langsam aufhören, weil sie der Meinung sind, dass hier genug Profite mitgenommen worden sind, vor allem auch wegen der Arbitragemöglichkeit im Voraus, wo es den GBTC Trust ja noch günstiger gab im Vergleich zum Bitcoin-Preis. Sie waren im Voraus von 3 Milliarden US-Dollar ausgegangen. Das Problem an dieser ganzen Schlussfolgerung finde ich persönlich, dass hier einfach die Annahme getroffen wird, dass die ganzen Outflows aktuell, die stattgefunden haben, komplette Gewinnmitnahmen sind und nicht vielleicht auch einfach Umschichtungen. Deswegen kann man das meiner Meinung nach nicht so einfach ableiten. Das kann aktuell keiner wirklich sagen, wie viel wirklich umgeschichtet worden ist von diesen Outflows, die wir hier gesehen haben und wie viel wirklich Profit-Taking war. Daher sollte man halt solche Meldungen, dass jetzt irgendwie der Verkaufsdruck durch GBTC aufhört, weil JP Morgan irgendwie der Meinung ist, dass das jetzt so der Fall ist, immer mit Vorsicht genießen und sowas. Das Schwierige bei diesem ganzen ETF-Thema ist, dass wir ja keine Live-Daten darüber haben, wie die Outflows aussehen. Wir haben die offiziell gemeldeten Outflows, die immer einen Tag später kommen und dann nochmal einen Tag später kommen dann die On-Chain-Transaktionen und man kann nie wirklich wissen, wann eigentlich was passiert. Was man aber immer im Auge behalten kann, ist einmal der Discount von GBTC, ob da Verkaufsdruck vorherrscht und das Coinbase Premium, also die Differenz zwischen Coinbase und Binance beispielsweise. Das habe ich hier auch im Chart mal gezeigt. Aktuell sehen wir auch, wie dieser Discount, diese negative Differenz zwischen Coinbase und Binance, das heißt, der Verkaufsdruck kommt über den Start, immer geringer wird und dementsprechend ist das schon mal ein gutes Zeichen, dass der Verkaufsdruck zumindest bei den ETFs vielleicht immer ein bisschen weniger wird aktuell. Also das ist ein wichtiger Indikator, den man auf jeden Fall im Blick haben sollte. Generell zu den Drawdowns muss man sagen, wir haben jetzt 15% Minus gesehen und in den letzten ein, zwei Jahren haben wir genau das auch erlebt. 19, 17, 17%. Natürlich wäre noch ein Stück weiter nach unten in Luft gewesen, aber 15% ist scheinbar in der aktuellen Phase für die Korrekturphasen etwas, was ziemlich legitim ist und was jetzt auch nicht etwas Außergewöhnliches ist. Deswegen kann es auch sein, dass wir hier schon am Ende sind mit der Korrektur. Wir werden auch gleich nochmal im Chart zukommen, was wir auch erleben, dass wir jetzt hier acht Tage mehr Outflows gesehen haben von den Wahlen, also die Wahlen akkumulieren weiter und auf den Future-Märkten, bei den CME Futures, wird Open Interest weiter abgebaut, bedeutet aber nichts Negatives, weil gleichzeitig das Premium hier, beziehungsweise die Basis hier weiter steigt. Heißt, die geschlossenen Positionen, so scheinen zumindest die Daten ja darauf hinzudeuten, dass diese eher Short-Positionen sind, die geschlossen werden, weil das Premium gleichzeitig steigt. Also auch das ist natürlich ein positiver Faktor. Das sind wahrscheinlich dann Hedge-Positionen gewesen, die im Voraus aufgebaut sind vor dem ETF-Start, die jetzt aktuell geschlossen werden. Dann gab es heute zig Meldungen und Charts bei Twitter und Co., dass der aktuelle Pump irgendwie durch falsche Stablecoins künstlich herbeigerufen worden ist, weil genau an diesem Zeitpunkt auch TUSD wieder nochmal zusätzlich abverkauft worden ist. Der Stablecoin im Prinzip von Justin Sun, wo auch sehr viel Kritik vorherrscht, was man da nicht vergessen darf und da lohnt sich auch mal ein Blick auf die Daten. Da wird, glaube ich, aktuell 100 Millionen pro Tag getradet und in dieser Phase wurden 10 bis 20 Millionen hier nochmal TUSD abverkauft. Und das Ganze hat sich auch wieder hier eingependelt bei dem nächsten Anstieg auf 42.000. Also das ist ganz einfach auch wieder irgendwie so ein Versuch, vielleicht von den Leuten, die bärisch eingestimmt sind, etwas zu finden, um diesen Anstieg auch irgendwie schlecht zu reden. Also das lässt sich durch die Daten halt null bestätigen. Auch hier nochmal dargestellt bei mir im Chart, TUSD wurde hier abverkauft, als Bitcoin gestiegen ist. Dann war halt die These, ja, hier werden die Fake-Stablecoins gegen Bitcoin getauscht und deswegen steigt Bitcoin. Aber wie ihr es schon sehen könnt, TUSD hat sich seitdem auch wieder eingependelt, ist wieder bei 99 Cent angelangt, obwohl das Ganze hierbei zwischenzeitlich 97 Cent auf Binance lag. Kommen wir nun zu der aktuellen Preisbewegung von Bitcoin. Wir liegen aktuell bei 41.800 Dollar und was ich gestern schon auf Twitter gepostet habe, war das Interessante, dass wir über 500 Millionen US-Alan Open Interest hinzugewonnen haben, während der Preis hier flat verlief. Heißt, die Leute haben sich hier im Voraus positioniert und die Volatilität war hier auch schon mehr oder weniger abzusehen. Zur Erinnerung nochmal, wie ich auch zu meinen Positionen gekommen bin. Hier ein Post vom 18. Januar, da waren wir noch über 41.700, wo wir hier diese Range hatten. Da hatten wir uns ja die verschiedenen Liquidierungszonen auch vor allem in den Videos immer wieder angeschaut und wir sind perfekt in diese Liquidierungszonen hier reingelaufen. Ich habe euch im letzten Video auch gesagt, dass ich hier meine Order drin habe und die wurden halt hier auch genau erreicht und seitdem bin ich ja auch in dieser Long-Position drin. Bei Bitcoin hier vor allem bei 39.200 ist jetzt der Durchschnittskurs mit den beiden Limit-Ordern, die da getriggert worden sind. Was ich dann heute nochmal reingepostet habe auf Twitter, war die Tatsache, dass wir dann ja über diese Range dann wieder hochgekommen sind. Das war auch die These immer wieder, dass das erst bestätigt wird, dass wenn wir hier über dieses Range-Low, was wir zuvor hatten, da sind wir wirklich nicht drüber gekommen, haben hier immer wieder das Ganze mit der Liquidierungszone immer wieder angetestet und dann den Breakout geschafft. Wenn man hier in den Stundenchart geht, sehen wir auch, dass wir zunächst hier in diese erste Liquidierungszone reingelaufen sind. Wir können es auch nochmal noch kleiner machen. Dann sehen wir, dass wir in die zweite auch perfekt erstmal angetappt sind. Dann gab es hier eine kleinere Gegenbewegung, sind nochmal reingelaufen und haben dann den Breakout geschafft. Und der 4-Stunden-Chart, finde ich immer, ist am relevantesten mit diesen Closings über diese Zonen. Ihr seht es hier, wie wir es immer wieder reinschaffen oder drüber schaffen, aber erst mit den Closings wird das Ganze halt bestätigt. Und da sieht man auch nochmal, wie wichtig diese Liquidierungszonen sind. Welche Bereiche sind als nächstes wichtig? Nach oben hin vom Fit Retracement 38,2% sind genau die 42.500 US-Dollar. Dann die 43.760 US-Dollar. Wenn man sich die Liquidation Heatmap anschaut, da sehen wir auch, dass jetzt hier nach oben hin in den letzten sieben Tagen vor allem jetzt nicht mehr viel zu holen ist. Wenn wir auf einen Monat gehen, können wir uns auch direkt mal anschauen. Da sehen wir natürlich auch, ist sehr weit oben erst was, bei 51 und hier oben bei 44.200. Also auch hier über dieser Range, die wir hatten. Andernfalls natürlich immer noch die 38.500 US-Dollar. In meiner ETH-Position bin ich auch drin. Die ist ja ein bisschen entgegenläufig. Da bin ich aber auch schon jetzt länger drin. Bin ich bei 2.470 Dollar reingegangen. Aktuell steht das Ganze ja immer noch unter 2.300 US-Dollar. Und ich habe in der Zwischenzeit auch nochmal ein paar Profite aus dieser Position rausgenommen. Und wenn der weiter nach oben läuft, dann wird diese Position halt geschlossen. Bei Bitcoin lasse ich das Ganze jetzt nochmal weiter hochlaufen. Wenn Bitcoin weiter hochlaufen möchte, habe meinen Stop natürlich entsprechend mit nach oben gezogen. Wenn das dann nach unten geht, nehme ich die Profite mit. Das ist die aktuelle Situation. Man muss aber auch sagen, noch mal 500 Millionen US-Dollar jetzt an Open Interest dazugekommen. Jetzt über das Wochenende bin ich echt gespannt, ob Volatilität hinzukommt oder nicht. Wir haben in den letzten Wochenenden oder an den letzten Wochenenden immer wieder gesehen, dass gar keine Volatilität mehr drin war, wenn die ETFs nicht getradet werden. Also da bin ich mal gespannt, ob die Volatilität jetzt mit dabei bleibt. Ansonsten wäre es auf jeden Fall wichtig, dass wir hier über diesen Zonen bleiben, die wir jetzt hier überboten haben. Also Retest aus dieser Zone, die auch eine Unterstützung eine Zeit lang war. Das wäre super, wenn wir hier sowas hier sehen und dann das Ganze auf 42.500 US-Dollar nochmal angreifen. Dazu werden wir uns dann natürlich das Spiel und die Situation nochmal näher anschauen, wenn es soweit ist. Das war auch schon das Video für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und konnte dir einen kleinen Mehrwert bieten. Falls ja, lass gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, dann verpasst du hier keine weiteren Updates mehr und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video auch schon wieder. Ciao, ciao.